Hallo Bonn, geht's euch gut? Sehr schön. Ja, mein Name ist Stefan, ich bin Arzt und ich erzähle euch heute, wie unsere Psyche unseren Körper lähmen kann oder kurz, freut deine Mutter und du. Vor ein paar Jahren, da stand ich so am Ende meines Medizinstudiums und musste mich dann für eine Fachrichtung entscheiden, in der ich danach arbeiten würde. Da gibt es ja ganz verschiedene, man kann zum Beispiel Allgemeinmedizin machen, dann wird man Hausarzt, man kann Chirurg werden, die laufen angeblich immer so rum oder man kann Urologe werden und sich nur noch mit Penissen und Blasen beschäftigen. Ich weiß jetzt nicht, warum ihr lacht, also ich fand die Blasen bei meiner letzten Wanderung gar nicht witzig. Aber ich war mir noch unsicher und ich machte ein Praktikum im Krankenhaus und da wurde uns ein Patient eingeliefert, der konnte von einem Tag auf den anderen nicht mehr richtig laufen. Wir nennen den mal Harold, so sah der aus und die Befürchtung war natürlich erstmal, dass Harold vielleicht einen Schlaganfall haben könnte oder einen Hirntumor oder sowas. Hirntumor kennt ihr alle, wenn ihr am Sonntag bei einer Suchmaschine eingibt, dass ihr Kopfschmerzen habt, ist das Ergebnis irgendwie immer Hirntumor und nicht, dass ihr bei der Hans-Riegel-Akademie zu hart gefeiert habt. Aber das konnte alles ausgeschlossen werden und schlussendlich stellten meine betreuenden Ärzte fest, dass diese Lähmung bei dem Harold von der Psyche kommt. Und das heißt mit Fachwort dissoziative Lähmung und steckt so hinter 20 Prozent der Lähmungen oder Bewegungsstörungen. Und das fand ich faszinierend. Also ich kannte Depressionen und Angsterkrankungen so als psychische Krankheiten, aber dass die Psyche auch so krasse körperliche Symptome auslösen kann, da wollte ich mehr darüber erfahren. Und daraufhin sagten dann meine Ärzte, dann müsste ich in die Psychosomatik gehen, weil das die Fachabteilung ist, die sich damit beschäftigt. Und deswegen habe ich das hier alles über den Haufen geworfen und arbeite inzwischen in der Psychosomatik und will euch in den nächsten Minuten das Fach mal vorstellen, wie wir uns Harold Slammung erklären können und was das alles mit diesem strengen, drehenblickenden Raucher zu tun hat. Das Wort Psychosomatik besteht ja aus zwei Bestandteilen. Psyche, also Geist und Sommer hat nichts mit Dr. Sommer aus der Bravo zu tun, sondern altgriechisch für der Körper. Das heißt, es geht um die Trennung von Geist und Körper. Ich illustriere das mal. Und in Psychosomatik steckt beides drin. Wir bringen das also wieder zusammen. Gut, dass Geist und Körper ganz eng miteinander verbunden sind, das kennen wir aus vielen Beispielen. Wir haben es in der Anmoderation gehört oder auch aus vielen Redewendungen. Zum Beispiel bei dieser Giraffe. Der sitzt wohl was im Nacken. Oder, was ist das? Schmetterlinge im Bauch, wenn man verliebt ist. In einem Café habe ich letztens noch das hier gefunden. Lache, bis dein Herz Purzelbäume schlägt. Da würde ich als Arzt gerne mal so ein ganz großes Fragezeichen dran machen. Denn wenn irgendeines deiner Organe Purzelbäume schlägt, brauchst du ganz schnell einen Chirurgen. Am besten den hier. Aber grundsätzlich ist Lachen natürlich gesund und worüber ich besonders gerne lache, sind ja tatsächlich deine Mutterwitze. Ich bitte einmal um Handzeichen. Wer kennt deine Mutterwitze aus dem Publikum? Okay, gut. Für diejenigen, die sich jetzt nicht gemeldet haben, zitiere ich einmal aus der wissenschaftlichsten Quelle von allen, nämlich Wikipedia, worum es da eigentlich geht. Also, deine Mutterwitze sind ein weltweit verbreitetes Jugendkulturphänomen. Dabei handelt es sich um Witze, die nur aus einem Satz bestehen und in ironisch pejorativer Weise gegenüber einer anderen Person geäußert werden. Inhalt der Witze ist die Herabsetzung der Mutter des anderen, wobei die Beleidigung derartig übertrieben oder absurd ausfällt, dass sie sich dadurch selbst abschwächt. Klassische Beispiele für deine Mutterwitze könnten also sein. Deine Mutter ist so hässlich, sie schreckt Eier mit ihrem Gesicht ab. Deine Mutter ist wie die Weimarer Republik, ihre Verfassung könnte besser sein. Oder deine Mutter ist wie Licht, sie hat Spektrum. Sorry, ganz schlechter Wortwitz. Lieber zurück zur Psychosomatik. Wie jetzt so psychosomatische Erkrankungen, wie diese Lähmung entsteht, ist schlussendlich noch nicht abschließend verstanden, aber es gibt Modelle, teilweise auch widersprüchlich. Ein ganz wichtiges Modell wurde tatsächlich von diesem Herrn hier entwickelt. Das ist natürlich nicht nur ein Raucher, sondern Sigmund Freud, österreichischer Arzt. Und der war so einer der Ersten, der dazu geforscht hat, ob hinter bestimmten Bewegungsstörungen die Psyche stecken könnte. Und sein Modell ist das sogenannte Instanzenmodell, das hat er vor ungefähr 100 Jahren veröffentlicht. Und da kann man sich die Psyche vorstellen wie ein Haus mit verschiedenen Etagen und Bewohnern. Da gibt es erstmal das Ich, das ist der bewusste Anteil der Psyche, das heißt, wenn wir uns jetzt mit dem Harold unterhalten, kann er ja sagen, wie er heißt, dass er eigentlich eine Ausbildung als Maler macht, aber jetzt diese blöde Lähmung hat und im Rollstuhl sitzt. Dann gibt es in diesem Haus einen Keller und das ist ein dunkler Keller und da wohnt das sogenannte E. Damit das wissenschaftlich klingt, spricht man das auch nicht normal aus, sondern mit langem E. Und das sind unsere Triebe. Und die sind manchmal so verboten und versaut, dass sie eben außerhalb des bewussten Anteils der Psyche in diesem Keller eingesperrt sein müssen. Und oben drüber wohnt noch das sogenannte Über-Ich. Das sind so die gesellschaftlichen Vorstellungen, was okay ist, was anerzogen worden ist. Man könnte also sagen, das sind die Vorstellungen deiner Mutter und was sie dir beigebracht hat. Wenn Freud jetzt also damals einen Witz über dieses Modell gemacht hätte, hätte er sowas sagen können wie, dein Über-Ich gleich deine Mutter ist so streng, Trommelwirbel, wie sie riecht. Jetzt kann es ja sein, dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen deinen Wünschen und den Vorstellungen deiner Mutter. Da möchte ich mal ein Beispiel für geben. Bei Freud ging es ja klischee-mäßig bei den Trieben oft um Sex. Das heißt, man könnte jetzt einfach so einen Penis in den Keller malen. Das ist dann aber doch etwas unter meinem wissenschaftlichen Anspruch. Deswegen nehme ich als Beispiel mal Schokolade in dieser handelsüblichen Form. Mein Schokoladentrieb, jetzt hier vor euch Schokolade zu essen, der ist sehr hoch, aber auf der anderen Seite sagt mir mein Über-Ich, dass es gemein ist, wenn ihr keine Schokolade habt. Deswegen muss mein Ich da jetzt einen Kompromiss zwischen finden. Der könnte zum Beispiel sein, dass mein Slam gleich vorbei ist, ihr euch dann auf Svenja konzentriert und ich dann in Ruhe Schokolade essen kann. Bei Harold war das jetzt etwas anders. Da konnte die Psyche nämlich keinen Kompromiss finden. Wie gesagt, er machte die Ausbildung zum Maler und das war der klare Wunsch seiner Mutter. Da gab es auch einen Familienbetrieb zu übernehmen. Aber Harolds innigster Wunsch war eigentlich, professioneller Gamer zu werden. Wir kennen alle dieses Bild. Harold an seinem krassen Gaming-Laptop, Energy-Drink in der Tasse. Aber da wurde jetzt tatsächlich irgendwann dieser innere Widerspruch zwischen diesen beiden Berufs- und Lebensentwürfen so groß, dass die Psyche sich irgendwann nicht mehr anders zu helfen wusste, als diese Lähmung zu produzieren, aufgrund der Harold dann erstmal nicht mehr auf Leitern steigen konnte und dann eben auch die Ausbildung erstmal nicht fortsetzen konnte. Und als wir diese beiden Anteile dann in der Psychosomatik bewusst machen und besprechbar machen konnten, da ging es Harold auch wieder besser. Gut, jetzt ist dieses Modell, wie gesagt, ziemlich genau 100 Jahre alt mit den unbewussten inneren Konflikten. Hat das auch heute noch eine Relevanz? Offensichtlich ja, denn ihm zu Ehren wurde kürzlich Freud's Haus nachgebaut. Nein, ernsthaft. Ja, dieses Modell spielt durchaus noch eine Rolle, es ist aber sicherlich komplexer, wie psychosomatische Erkrankungen entstehen. Da forsche ich auch selber dran und man weiß beispielsweise inzwischen, dass auch so Dinge wie frühere belastende Lebenserfahrungen mit rein spielen, frühere körperliche Erkrankungen oder auch so Erwartungen, also wie sich die Lähmung weiterentwickeln wird. Wo Freud aber echt richtig lag, war die Wichtigkeit des unbewussten Anteils der Psyche. Und das haben ganz neue Studien gezeigt, die Aufnahmen vom Gehirn gemacht haben. Es gibt im Gehirn einen Bereich, der heißt Gyros supramaginalis. Ich finde, das klingt ein bisschen wie Gyros. Deswegen habe ich mal einen Gyros-Teller dahin gemalt, wo das sich im Gehirn befindet. Und dieser Bereich verbindet im Gehirn das Bewusstsein mit den Bereichen, die die Muskulatur steuern. Und dissoziativ heißt da, Dinge sind nicht miteinander verbunden und man hat jetzt tatsächlich feststellen können, dass bei Menschen mit dissoziativen Lähmungen genau an dieser Stelle die Verbindung unterbrochen ist und damit das Bewusstsein die Muskeln nicht mehr steuern kann. Und damit hat man jetzt auch auf Gehirnebene eine Erklärung dafür, wie es zu Harrels Lähmung gekommen ist. Und das finde ich weiterhin sehr faszinierend. Für heute muss ich aber zum Ende kommen und möchte euch noch ein hundertprozentig originales Freuzitat mit auf den Weg geben. Folgt deinen Wünschen, nicht deiner Mutter. Vielen Dank.